Wenn du älter wirst. Als ich klein war, sah ich ein Feuerwehrauto mit dem Blaulicht an mir vorbeiflitzen, schneller als jeder Zug. Ich empfand eine große Begeisterung an Dingen wie der Feuerwehr, der Polizei, dem Rettungsdienst. Wenn ich mich heute daran zurückerinnere, merke ich, dass umso älter man wird, irgendwann ein Licht angeht, welches immer heller und heller wird. Damit meine ich, dass man als Kind und als Jugendlicher bereits mit kleinen Dingen begeistert sein kann. Davon ausgenommen ist natürlich die Schule. Kinder haben keine Vorurteile und Rassismus und Homophobie ist oftmals einfach nicht vorhanden. Mit dem Alter kommt die Weisheit und mit der Weisheit kommt das Problem, sich Vorurteile zu bilden, welche man als Kind einfach nicht hatte. Klar, man bekam damals erzählt, dass der Weihnachtsmann einen langen weißen Bart hat. Dick ist und Kekse ist, welche man auf dem Tisch stehen hat. Solche Geschichten hat man als Kind noch geglaubt. Doch mit dem Alter kommt auch die Unzufriedenheit und der Wille, alles zu hinterfragen. Vielen Menschen, welche einfach nicht genug Glück im Leben hatten, beginnt eine depressive Phase, welche gegebenenfalls in einer tieferen Depression enden kann, aus welcher man im schlimmsten Fall nicht mehr eigenhändig herausfinden kann. Dies alles heißt aber dennoch nicht, dass wir im Alter nicht mehr beeinflusst werden können. Denn ich kenne genug Leute, welche sehr auf die Umwelt achten. Klimawandel und Umweltverschmutzung machen diesen Menschen eine Heidenangst. Generell streift unsere Gesellschaft immer mehr an ein großes Auseinanderleben. Die einen sind sehr kommerziell eingestellt und dessen Ziel ist es, mit egal wie vielen sozialen Verlusten Geld schöffeln zu können. Doch was diese Menschen nicht merken, ist, dass egal wie viel Geld sie in ihrem Leben verdient haben, dies werden sie nicht mit in den Tod nehmen können.